Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Bonus-Video zum Android-Kurs. Sie beginnen heute mit der Ausarbeitung Ihrer Projektideen. Damit Sie gut in diese Phase der Projektarbeit einsteigen können, möchte ich Ihnen jetzt noch mal ganz kurz vier wesentliche Punkte erklären, die Sie in der Ausarbeitung Ihrer Projektidee, die Sie bis zum Ende des Monats einreichen müssen, beachten sollten. Das ganze Projekt läuft so ab, dass Sie, nachdem Sie jetzt zu Teams zusammengefunden haben, im ersten Schritt Ihre eigene Projektidee ausarbeiten, Funktionen definieren, sich Gedanken über das User-Interface und dieses Software-Design machen und dann auf der Basis von diesen Überlegungen nach der Klausur in die eigentliche Implementierung starten. Das heißt, was jetzt wesentlich ist, ist dieser zweite Punkt, der Entwurf bzw. die Beschreibung Ihrer eigenen Projektidee. Dazu haben wir eine Vorlage für Sie vorbereitet, die Sie bis zum Ende des Monats ausfüllen und als PDF-Dokument im Ilias-Kurs hochladen sollen. In dieser Vorlage, in diesem Dokument, geben Sie uns vier wesentliche Informationen zu Ihrer Projektidee, die wir im Anschluss dann uns anschauen, bewerten und gegebenenfalls mit Ihnen noch verbessern bzw. erweitern können. Das Erste, was Sie machen sollen, ist, uns zu erklären, was Sie denn eigentlich tatsächlich für eine Idee umsetzen möchten, also was ist der Kern Ihrer Android-App, die Sie jetzt im Rahmen von diesem Kurs implementieren möchten. Und durch die Überlegung, die Sie dann auch verschriftlichen, sollten Sie eigentlich ohne Probleme die folgenden Fragen beantworten können. Welches Problem löst Ihre Anwendung? Warum existiert die Anwendung? Und welche Leute, welche Zielgruppe können denn eigentlich was mit Ihrer Anwendung tun? Im Kern ist die Frage, die Sie an dieser Stelle beantworten sollen, welchen Mehrwert Ihre Anwendung generiert. Also, warum wird die Welt ein kleines bisschen besser, dadurch, dass Sie sich jetzt im Sommer hinsetzen und diese Anwendung implementieren. Die wesentlichen Punkte dafür sind eben tatsächlich die Zielgruppe, also an wen richtet sich Ihre Anwendung und welches offensichtliche Problem dieser Zielgruppe lösen Sie. Das ist nicht nur für die Projektbeschreibung wichtig, sondern es ist eigentlich die wesentliche Grundlage für alle weiteren Überlegungen. Nur wenn Sie das irgendwie in Worte fassen können, wer ist Ihre Zielgruppe und was wollen Sie eigentlich tun, können Sie die weiteren Schritte der notwendigen Planung sinnvoll durchführen. Das nächste, was Sie dann sich überlegen sollten, ist, was muss Ihre Anwendung eigentlich leisten, um diese Idee, um dieses Problem tatsächlich zu lösen. Das heißt, Sie brauchen eine Liste der konkreten Funktionen und Features, die Ihre Nutzer und Nutzerinnen tatsächlich dann in der Anwendung verwenden können. Im besonderen Fall von dem Projekt in diesem Kurs sollen Sie sich dann auch noch den Projektbaukasten anschauen, den wir letzte Woche schon veröffentlicht haben und klar herausarbeiten, welche dieser Elemente oder Funktionen des Android-Frameworks Sie nutzen, um ein bestimmtes Feature Ihrer Anwendung umzusetzen. Daraus berechnet sich dann so ein Gesamtaufwand in Form von mehreren Aufwandspunkten und Sie müssen bei der Ausarbeitung Ihrer Projektidee dann berücksichtigen, dass Sie insgesamt mindestens 13 dieser Aufwandspunkte erfüllen müssen, damit wir das Ganze als umfangreich genug einschätzen können. Diese Liste ist ein bisschen willkürlich im Projektbaukasten. Das entspricht vielleicht auch nicht dem, wie man normalerweise Aufwände für Software tatsächlich schätzen würde. Deshalb nehmen Sie das einfach mal so wahr, wie es ist und sehen Sie darin vor allem eine Möglichkeit, dass wir fair den Umfang dieser Projekte in irgendeiner Art und Weise bearbeiten können. Aber das ist nicht der weisheitsletzter Schluss und wenn Sie in einem anderen Kontext ein Projekt planen, dann sollten Sie gerade, was die Aufwandschätzung angeht, sicherlich nicht so vorgehen. Wenn Sie diesen Funktionsumfang grob skizziert haben, dann überlegen Sie sich, was Sie für ein User-Interface brauchen, um diesen Funktionsumfang umzusetzen und im Rahmen dieser ersten Projektbeschreibung sollten Sie wesentlich oder wenigstens sagen können, was die wesentlichen Bildschirme oder Activities sind, die Sie brauchen, um Ihre Anwendung umzusetzen. Also welche Screens brauchen Sie, um den beschriebenen Funktionsumfang den Nutzern tatsächlich zugänglich zu machen. Heißt für die Projektbeschreibung, überlegen Sie sich, welche dieser Bildschirme Sie brauchen, geben Sie den ganzen vielleicht einen Titel, beschreiben Sie kurz, welchen Teilbereich Ihrer Anwendung oder welche Funktionen die Nutzer und Nutzerinnen über diesen Bildschirm tatsächlich auch verwenden können und erarbeiten Sie im Team iterativ eine kleine Skizze, in der möglichst ordentlich und möglichst vollständig das User-Interface von diesem einen Bildschirm schon mal ausgearbeitet ist. Das hilft Ihnen dann bei der Implementierungsphase, weil Sie eigentlich direkt einsteigen können, damit diese User-Interface-Elemente umzusetzen und die entsprechend dahinter sich verbergende Funktionalität umzusetzen. Das Letzte, was Sie als Vorbereitung für den Einstieg in die Implementierung ausarbeiten sollen, jetzt im verbleibenden Monat, ist so eine grobe Idee vom Software-Design Ihrer Anwendung. Sie sollen dabei noch nicht runtergehen auf das Level Klasse oder Interface. Das werden wir vielleicht kurz vor der Implementierung dann noch gemeinsam mit den Projektteams versuchen umzusetzen beziehungsweise zu skizzieren. Was Sie an dieser Stelle nur schon mal machen sollten, ist einen Entwurf ausarbeiten, wie sich Ihre Anwendung auch auf Code-Ebene grob strukturiert. Also was gibt es für größere Aufgabenbereiche und wie könnten Sie die denn vielleicht benennen oder einfach sortieren? Welche Funktionen werden in welchen Bereichen des Codes umgesetzt? Wenn Sie das alles im Team besprochen haben, dann füllen Sie bitte das Word-Dokument, was Sie im Ilias-Kurs finden, aus, konvertieren das in PDF, laden das hoch und dann Ende des Monats oder kurz vor der Klausur werden wir dann spätestens mit jedem Team kurz Rücksprache halten per E-Mail und Ihnen sagen, ob das Ganze so in Ordnung ist oder ob Sie vielleicht an bestimmten Stellen noch nacharbeiten sollten. Wenn Sie schon irgendwelche Fragen vorher haben, wenn Sie schon vorher Feedback haben möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns, schicken Sie vielleicht schon mal einen Vorabentwurf von diesem Dokument per E-Mail an uns und fragen Sie gezielt vielleicht nach Aufwand oder Funktionsumfang schon mal nach. Das war es jetzt erstmal mit dieser kleinen Ad-Hoc-Videobotschaft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Ausarbeitung Ihrer Projekte und freue mich auf interessante Projektideen von Ihnen. Bis dann und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Ausarbeitung Ihrer Projekte.